Willkommen in diesem Fiesta-Trend 5-Tür-Reg. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Fiestas ist schadstoffarm Euro 5 und bekommt die kühne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß ist die Steuer gering. Die elektrischen Spiegel sind in Wagenfarbe lackiert. Fünf Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Auf den Rücksitz finden bequem drei Personen Platz. Zu den 15 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen Polster mit grauen Bezügen sind besonders auf längeren Fahrten sehr komfortabel. Für uns gibt es Fußmatten dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen Sie im Airbag, ABS und ESP. sowie der Berg-Anfahr-Assistent. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gibt es auch einen USB-Anschluss. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie, die bis zu fünf Jahren verlängert werden können. Kommen Sie uns doch mal besuchen und fahren Sie in Probe. Ihr Autohaus Wismann Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bei uns können Sie schon anrufen. Bei uns können Sie auf die Inspektionen. 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 Bei uns können Sie auf die Inspektionen.